Plot-Twists sind kompliziert. Möchtest du? Schieß los! Alle Charaktere sind Waldelfen, die in einem abgelegenen Dorf wohnen, das sie noch nie verlassen haben. Sie sind Auszubildende des Apothekers, eines Artificers, der der Alchemist der Stadt ist. Heute geben sie ihr Meisterstück ab und dabei handelt es sich jedes Mal um das geheime, dorfeigene Serum. Serum. Verstehst du gleich? Das Serum kann in großen Mengen hergestellt werden und dabei handelt es sich um ein starkes und als tödlich geltendes Gift. Die Azubis spielen mit großen Mengen Gift? Fügt man die geheime Komponente hinzu, dann wird das Ganze zu einem Heiltrank. Aber welche Komponente das ist und welche Menge man dafür braucht, das weiß nur der Meister. Und wenn man zu viel reingeben sollte, dann wird das Ganze wieder hochgiftig. Ja, die Menge macht den Heiltrank. Mit dem Heiltrank finanziert das Dorf den Großteil seines Handels mit den Hochelfen. Und der Twist? Das Dorf ist in Wirklichkeit ein Drogenkartell und die geheime Zutat ist eigentlich nur Wasser. Wenn man allerdings zu sehr streckt, dann wird das Ganze wirklich giftig. Den Markt regulieren, hm? Unmittelbar nachdem die Helden ihre Prüfung also abgelegt haben, stürmen Paladine der Hochelfen in einer großangelegten Razzia den ganzen Laden. Und das ist ein Beispiel für einen guten Plot-Twist? Was für Plot-Twist würdest du verwenden?